Musik Viele Menschen haben mit Resignation zu kämpfen. Resignation, Enttäuschung, Frustration, sie sind ausgebrannt, sie sind müde, sie haben keine Kraft mehr, sie steigen aus, sie wollen nicht mehr mitmachen, sie sind resigniert. Niedergeschlagen. Sie sagen, das funktioniert nicht so. Und manche Leute sind resigniert über Gott. Manche Leute sind resigniert über die Dinge, wo sie meinen, dass Gott ihnen was zugesagt hat und wo es nicht passiert. Gebetserhöhungen, die nicht durchkommen. Sachen Gottes, die irgendwie nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und dann ist man resigniert über Gott. Resigniert über das Thema Gebet. Resigniert über das, was das Leben als Christ ausmacht. Wenn wir uns dieses Wort Resignation mal genauer anschauen, ist das ein erschreckendes Wort. Resignation. Du kennst das Wort Signatur. Das ist, wenn man etwas unterzeichnet, seine Unterschrift darunter gibt. Wenn man etwas signiert, tut man seine Unterschrift darunter geben. Wenn man etwas resigniert, dann nimmt man die Unterschrift wieder weg. Beispielsweise bei einem Vertrag. Man hat seine Unterschrift unter einen Vertrag gegeben und irgendwann sagt man, nein, ich steige aus, ich nehme meine Unterschrift unter diesem Vertrag wieder weg. Ich resigniere. Eine Resignation ist also vom Wort her etwas, wo du sagst, ich nehme meine Zusage zurück. Ich nehme meine Unterschrift zurück. Und das ist gefährlich in den Sachen Gottes, wenn du so etwas sagst. Weißt du, das Volk Israel, als es in der Wüste war und die Dinge nicht so liefen, wie sie dachten, dass sie laufen sollten, da waren sie resigniert. Und es führte dazu, dass sie Gott anklagten, murrten, zeterten und so viel Stress machten, dass sie tatsächlich das, was Gott eigentlich für sie hatte, gar nicht in Empfang genommen haben. Durch ihre Resignation haben sie das, worum es eigentlich ging, nicht in Empfang nehmen können. Sie haben ihr verheißenes Land nicht erlangt, weil sie im übertragenen Sinne ihre Unterschrift zurückgenommen haben. Vielleicht betrifft dich das und du bist über manche Dinge in deinem Leben resigniert. Denk das einmal durch. Durch, ist es wirklich wert, resigniert zu sein über die Dinge Gottes, weil du steigst im Grunde genommen komplett aus. Oder solltest du lieber andersrum sagen, Herr, ich habe hier noch keinen Durchbruch, aber ich halte daran fest, ich habe meine Zusage, meine Unterschrift unter dieses Anliegen gegeben, unter diesen Punkt gegeben, den ich mit dir hier gemeinsam irgendwie in meinem Leben durchbringen will. Und ich halte daran fest, ich resigniere nicht, sondern ich halte daran fest, weil ich weiß, dass ich in mein verheißenes Land hineinkommen werde. In dem Sinne, gib der Resignation in deinem Leben keinen Raum, sondern überlege, dass das eine gefährliche Sache ist, in den Dingen Gottes. Denk mal durch, was für Dinge in deinem Leben für Resignation sorgen können. Und geh die mal im Gebet an, bring die Sachen wieder in Ordnung. Und ich glaube, dass Gott neue Dinge in deinem Leben freisetzen wird, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.